Hallo Leute, ja wir sind hier bei Kettelmaß Mühle zuletzt gewesen, haben von einem Stock Baumaterialfabrik die Baumaterialien hier hingebracht zur Station Transfer und laden die da aus. Das ist unser Ziel gewesen und jetzt müssten wir mal gucken, dass wir vielleicht diese Baumaterialien, da waren sie nicht, hier sind sie, noch in ein anderes Städtchen bringen oder sowas. Nach dem Logo auf dem Großbildschirm. So, dann schauen wir mal, welches Städtchen braucht das denn noch, hier oben Kospoda wäre soweit, ist aber vielleicht noch hier irgendwo was in der Nähe, hier nicht. Gibt es hier noch ein Städtchen, ja hier unten wäre auch noch ein Städtchen, aber hier gibt es auch gar keine Verbindungsstraßen, ne. Doch, dann müsste ich von hier nach da noch eine bauen, dann könnte man da hinfahren. Alternative wäre natürlich Schiff nach da, ne. Welches Schiff hält denn hier an? Warte mal, war das überhaupt hier? Ne, das war nicht hier, das war da. Hier, ach ein Rohöl ist das, was hier anhält. Die Baumaterialien sind jetzt nicht das Richtige. Hm. Das heißt, würde sich dann doch vielleicht mit dem LKW ausgehen, wenn ich hier die Verbindung von da nach da noch weiterziehe, ne. Lass uns gerade mal die Straße machen. Und dann machen wir das hier dran, dann hätten wir schon mal die Straße. Und dann müssen wir gerade gucken, der Ort war hier unten, ne, oder? Na, ist noch nicht da. Haben wir hier schon was zum Entladen? Ja, haben wir. Ja, das heißt, wir müssten mal gerade reinschauen. Was muss ich da machen, dass ich das sehe? Ah, so, ja. Hier gibt es so ein paar Baumaterialien, okay. Und das ist hier mit abgedeckt. Okay. Hm. Ich weiß gar nicht, warum ich hier so ein LKW-Station habe, weil da, na, vielleicht war da so eine Randgeschichte. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier zu dieser Stelle ein LKW schicken. Ne, warte mal, das machen wir nicht von hier aus, weil dann kann der von da aus da hinfahren. Äh. Ja, haben wir schon. Fahrzeug kaufen. Das war der. Ja, machen wir auch. Zwei. Zwei. Kaufen wir. Dafür gibt es nur neue Linie. Und zwar von da nach da war das, ne. Gut, dann ist das schon erledigt. Einem Stock abzweig. Hm, eigentlich müssten wir hier vollladen, ne. Vollladen einer Fracht. Machen wir mal. Müssen wir da gerade gucken. Hinfahren können sie wohl, sonst hätte ja schon wer gemeckert. Wie will ich denn jetzt hier? Ah, da kommt, ne, ist ein Auto, ne. Ja, Claudia Schröder ist das. Aber irgendwie sehe ich das gerade so, dass hier gar nichts produziert wird. Was fehlt denn hier? Zulieferer? Sind da Fahrzeuge drauf? Ja. Hier sind auch 81 Klamotten drauf. Wo sind die LKWs dafür? Gute Frage, ne. Okay, der fährt jetzt irgendwo hier rum. Okay, die sind noch an der... Ach Gott, Herr Gemini. Die fahren wahrscheinlich über die halbe Karte dahin, ne. Na, dann ist das so, oder? Das ist ja doof gelaufen, ne. Ja, können wir aber nicht jetzt ändern, ne. Gut. Äh. Ja. Dann müsste man noch schauen, dass man jetzt hier... Wer haben wir denn noch als Zulieferer? Ah, hier ist ein Steinbruch. Ja, dann können wir den ja auch noch zuliefern lassen, oder? Dann machen wir hier noch eine Haltestelle hin. Ich glaube, streckenmäßig ist das schon da. LKW-Station. Ja, machen wir einfach da so hin, ne. Können wir so machen. Können wir hier machen. Ne, das ist ein Bahndepot, das ist falsch. Können wir diesen hier nehmen. Fahrzeug kaufen. Rungenwagen, auch wieder zwei. Und dann nehmen wir mal diesmal drei. Neue Linie. Wo ist der jetzt? Ja, da. Anfahren da. Und ausfahren da. Da, Last nicht, sondern Vollladen einer Fracht. Passt. Müssten unterwegs sein. Ne, das war das Gleisdepot. Oder wie es auch immer heißt. Und die drei sind jetzt hier unterwegs. Ja, dann fahren die da hin. Gut, das heißt, da werden Ziegel gemacht. Aus den Steinen werden Ziegel gemacht. Und die Ziegel sind Baumaterialien, die werden dann nach hingebracht. Das ist zwar mit diesem Rungenwagen etwas komisch, aber ist halt so. So. Wir können aber nochmal gerade gucken. Wir müssen ja auch noch ein paar Abnehmer hier haben, ne. Aber die sind überall die Abnehmer. Gospoda ist andere Ecke. Rühkamp ist auch andere Ecke. Möckern ist noch andere Ecke. Pelling auch nicht. Kittemers Mühle haben wir angeschlossen. Leitzkau ist noch weiter weg. Giesenhorst. Giesenhorst. Fahren wir, glaube ich, schon hin. Ja, da hatten wir, glaube ich, das. Neundorf bei Minimiek. Glästen. Wo ist das? Das ist da und das ist da. Ne, das ist, glaube ich, auch zu weit weg. Und Gladbeck ist noch weiter weg. Okay, das können wir erstmal so lassen, denke ich. Gut, das bedeutet, das wird auch gebaut. Was haben wir noch für Möglichkeiten dann, ne. Wie sieht das mit Haltestellen aus? Stationsstatistiken. Cargo. Okay, hier liegt viel Öl. Wenn in Nord. Okay, das ist ein Hafen. Da kommen auch Schiffe, die das mitnehmen. Das geht dann schon. Typ Cargo. Passagiere sind hier irgendwo. Hier an dieser Bushaltestelle sind die meisten Passagiere. Auf Linie 44. Ich glaube, wir müssen mal bei Linie 44 noch wen drauf machen. Fahrzeug kaufen. Passagiere. Ist schon der beste Bus hier. So, kaufen wir. Und Linie 44, nicht 4. Und sollten dann auch fahren. Und dann sollte das da an der Bushaltestelle auch besser werden. Ja. Wir können natürlich gerade mal schauen. Hier auf Birkenstraße. Stehen für 44 59 Leute. Also auch reichlich. Linie verwalten. Hier ist 4. So, da halten sie auch an. Sagen wir es mal so. 12 und 45. Und das waren hier die 76. Jetzt nur noch 73. Weil schon drei wahrscheinlich gegangen sind. Okay, die Linie ist geklärt. Von Bovzen geht es dann nach Dörren. Und da haben wir jetzt noch mehr Leute drauf gesteckt, die dann da, ne. Und dann haben wir hier für eine Stelle. Kohlebergbergabnehmer. Eimstock-Stahlberg. Eimstock-Stahlberg. Ist da. Perling ist woanders. Glästen ist da. Und Winnen ist da. Winnen ist da, aber. Winnen-Stahlberg. Wo war das hier? Ne, Eimstock. Eimstock wäre sogar noch näher dann. Wo ist denn Winnen? Ah, hier. Warte mal, das ist ja. Kohlebergberg, okay. Abnehmer. Binnen ist hier. Wäre hier so durch, ne. Aber keine Straße vorne, ne. Müsste ich erst neu bauen. Hm. Ja. Das haben wir hier. Eisenbergberg. Abnehmer auch ein Stück. Stahlwerk. Ah ne, das ist sogar woanders. Abwinden hatten wir ja. Und das ist auch da hinten. Das würde bedeuten, wir müssten eigentlich die Straße hier her bauen. Das hier aber auch eine Straße, ne. Ja. Das heißt, ich müsste von hier aus da so rüber. Und dann müsste ich gucken, wo war das jetzt hier? Das und das waren's, ne. Großbruder Eisenbergwerk. Da sind alle Straßen, ne. Eigentlich müsste ich gucken, dass ich hier durchkomme durch das Tal mit einer Eisenbahn, oder? Und dann den Stahl noch wegbringen. Warte mal, Gebäude. Sackbahnhof. Oder Kopfbahnhof. Irgendwie sehe ich jetzt nicht, dass es aktiv ist, ne. Aber das muss ja in dem Bereich sein, wenn, oder? Zwei Gleise. Länge. Mach mal ruhig länger. Mach mal volle Länge geht hier ja. Okay, eine Million. Machen wir mal, ne. Okay, was haben wir hier ausgewählt? Kostboda, okay. Will ich auch gar nicht. So, Gleise. Diese Gleise. Oder jetzt mal ein Bahnhof. Hier, ne. Ja. Diese Straße war ja dann wohl vollkommen über, ne. Hatte ich nicht vier Gleise ausgewählt? Na, dann nicht. und bei der Reise. 10 Kilometer. Ja. Ja. Also, ich apprehf glaube es ist nicht votre Schatz. Irgendwie passt das noch nicht. So, die können nicht nach da rüber, aber die können noch nicht nach da rüber. Ich glaube so ist schon passend, oder? Ja, kann man so lassen, denke ich. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich da hinten hinkomme, ne? Da wäre jetzt eine Steigung zu groß, okay. Das ist schon eine Eisenbahn, ne? Ja. Steigung zu groß. Das ist schon mal. Das ist schon mal. Das ist ja nur ein kleiner Tunnel. Auch nicht möglich. Machen wir so. Und da wollten wir was weg holen. Genau, bauen wir jetzt erstmal das Endbeute hin. Drehen, 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 drehen. So. Jetzt müssen wir hier erst wieder frickeln. mit den Gleisen. So. Wie geht's? Der kann doch nicht nach da. So. Das heißt, der kommt von hier, kann da rein fahren, kann da, aber da kann noch keiner da rein fahren. Das heißt, wir müssen hier noch, brauche nicht möglich, weil ich hier dran anziehen muss, ne? Und dann muss ich von dem noch, hier so rüber. Und okay. Und der kann dann noch so daneben her, ne? Wenn es denn geht. Dann muss ich dieses Ende noch mit dem Ende verbinden. Okay. Und hier muss ich jetzt einfach noch weiter geradeaus, ne? Aber so passt's, oder? Ja, sieht gut aus. Das mache ich erstmal fertig. Das sieht jetzt nicht so doll aus. Jetzt kriege ich diesen Ankerpunkt der ganze Zeit auch. Jetzt können wir hier. Ich höre diesen Kahl, dann. Und hier... schon mal, hier. Das ist das Kahl. Und hier. Jetzt ist mal ein Kahl. Hätte ich mal bloß im Tunnel jetzt nicht das gemacht. Jetzt klappt das natürlich nicht, ist klar. Auch nicht möglich. Ich glaube, jetzt habe ich es doch noch geschafft. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier, von wo kommen die Loks, von da? Das heißt, wir müssten jetzt hier gucken, dass wir hier noch einen Abzweig schaffen. Der von da. Krümmung zu groß, okay. Das geht. Das geht auch. Und hier müssen wir dann nochmal rüber. Das geht auch, das heißt, hin geht genauso wie zurück, oder? Ja, das sieht erstmal gut aus, denke ich. Da können wir jetzt das eine Bahndepot nutzen und da kann man hier hinfahren. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt zoomen hier rein, ja, ist klar, brauchen wir nicht. Wir wollen jetzt hier Fahrzeug kaufen, aber wir müssen gucken, dass wir das Geld dafür haben. Elektrisch, Cargo, elektrisch, der, hinzufügen, da sind wir schon bei 27 Millionen. Cargo, Kohle, ja, hinzufügen. Ich weiß gar nicht, wie lang der Bahnhof jetzt war. Ich glaube, 320 Meter, oder? Hier brauchen wir jetzt 49 Millionen. Bei 180 sind wir, da reicht es auch noch nicht aus. Okay, jetzt hat es gerade gereicht. Ah, das sind alles Rungenwagen, die sind so höher verkehrt, sehe ich gerade. Was habe ich die denn erwischt? Na gut, dass wir gerade noch aufgepasst haben, ne? Zufügen. Die sind, nein, das sind nicht billiger, ich dachte, die wären billiger. 35 Millionen haben wir. Auch 160 Km steht da übrigens, ne? Ja, 55 Millionen, das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal auf einen Betrag kommen, dass das klappt, ne? Ja, würde ich sagen, machen wir mal den ersten Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo abmacht, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich vorgespult habe, ne, und wir das Geld zusammen haben. Bis dann, ciao! ... ... Vielen Dank.